KI ist für KMU einfach sehr wichtig, da im Moment große Fachkräftemängel bestehen seitens der KMU und so Kompetenzlücken einfach auch gut ausgeglichen werden können. Wir sind die KI-Trainer des Mittelstand Digitalzentrums Saarbrücken und wir helfen Ihnen dabei, KI-Anwendungen im Unternehmen umzusetzen. Hierzu bieten wir Ihnen kostenfreie Unterstützungsangebote an, die Sie dabei unterstützen können, herauszufinden, wie KI Ihr Unternehmen verbessern kann. Das können zum Beispiel Workshops und Webinare, Sprechstunden, aber auch spezifische Veranstaltungen sein. Die neue Generation von KI kann vor allem dadurch glänzen, dass sie Inhalte generieren kann. Genau wie andere Arten von KI hat diese KI aber wiederum die Limitierung, dass sie nur dann funktioniert, wenn für die eigentliche Aufgabe genug Daten existieren. Ich möchte einen geschriebenen Text gut vorgelesen bekommen. Ich möchte einen Podcast durchsuchen. All das sind Dinge, die dank dieser modernen KI-Systeme wirklich sind und die fundamental ändern werden, wie wir mit Informationen und Dingen, die Informationen enthalten, umgehen werden. Da im Mittelstand ja oft limitierte oder auch frequenzte Ressourcen verfügbar sind, um komplexe Anwendungen wie KI-Modelle umzusetzen, bietet die Local-Plattformen eben eine Möglichkeit, ohne Entwicklerressourcen tatsächlich komplexe Modelle umzusetzen. Die Arbeitswelt verändert sich ja im Moment stetig. Es ist einfach wichtig zu sehen, dass virtuelle Assistenten uns tagtäglich zukünftig einfach Arbeit abnehmen werden, die wir in der Vergangenheit als stupide empfunden haben. Während wir jetzt hier stehen, während ich hier stehe, läuft ein virtueller Assistent bei mir im Büro und sorgt dafür, dass ich Kunden rein bekomme. Das ist doch uber cool, oder? Nutzen Sie unser kostenfreies Unterstützungsangebot zu künstlicher Intelligenz und profitieren Sie von unserem Expertenwissen.